Und ich bin wieder da. Servus. Es wird Zeit ins Observatorium rauszudringen. Weil dort hoffentlich dann langsam mal der erste Boss kommt. Ich will endlich ein Bossgegner machen. Aber zuerst lässt du dir hier die Bibliothek erklimmen. Bücher sammeln. Und das Ding nicht aufkriegen. What the heck? Ich will jetzt ums Himmel. Na ja. Schauen wir mal was sich hier hinten so befindet. Nein, gar nichts. Ich will mich umbringen. Keine Quillotine. Alle Bücher versammelt. Das heißt, sie können nach hinten. Das ist gut. Oh ja. Muss nur noch der Rauch springen können. Oh. Böse. Ich hab nicht gespeichert. Böse. Ich hab nicht gespeichert. Böse. Und wir sind wieder drinnen. Yo. Bücher. Bücher. Ich lese Bild und Bücher. Und wir sind wieder tot. Aber ich hab gespeichert. Aber ich hab gespeichert. Bin ich nicht schlau? Ne. Ein falsches Spiel. Ich muss nach Marsch. Und gerade nicht. Tod Nummer 3 durch Bücher. Tod Nummer 3 durch Bücher. Ich hab nicht gespeichert. Drei Mal. Ich hab nicht gespeichert. Es gibt keinen Lock. Aber es wird nicht öffnen. Es ist ständig. Treated like a Chinese box. Or a stubborn lid. A tap in the right spot might do the trick. You call that a tap? Fortunate I didn't suggest force. You might have pulverized it. Also wie ihr wisst. Bücher haben mich jetzt schon dreimal umgebracht. Drei Mal. Das heißt. Spiele haben mich weniger umgebracht als Bücher. Ich kann niemand mehr verkaufen, dass Bücher was Gutes sind. Joch. Jundra medically Course. Drei Mal. Drei Mal. Don't mess up with olives. Mushrooms, Poppies, Sugar and spice. All those things are very nice. When combined, the proper mixture makes a getting smaller-elixier. I didn't really like sweets. Dehnestaal. Scholls out! Yo! Hilfe! Bastarde! So blöd ein paar Karten zu werfen! Oh! 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 Kurz vor dem Tod bugge ich dich! Finde ich cool! Zeit die nächsten zu flicken! Schambeste gerade am komm! Schöner bug! Schöner bugge ich dich! Schöner bugge ich dich! Doch! Was zum Fick?! Okay, einer nach dem anderen Nummer 1 gefickt Nummer 2 gefickt Ich habe schon eines noch einen gefickt Wie schnell ist es wirklich so... Uaaaaaah Ey, wehe, die wollen, dass ich mich jetzt noch daran erinnern, was sie zu tun haben Tschüss Krass W- Schau wieder nach im Sohne... Eh, der hat ein Auge gedreht Ich nehme an, hier wird eigentlich niemand spricht Ja, ich muss weiter Haaaah Scheinbar nicht Zum Teufel? Muss es hochgehen Muss es irgendwie hochgehen? Ha! Ich speicher's Noch mal kriebt ihr mich nicht, ihr Affen Haha Ich habe es gewusst Hier ist ein Riedel Win ist ein Croquet Hey man, it's like a billy club. I tell you, whenever you want it to be. Wettig, dachte ich... Wow... Sieht ja niemanden, dass euch das facken. So, mit diesem Speicher muss ich, glaube ich, einen Schnitt machen. Ich habe keinen Plan mehr. Ich bin jetzt.